so hier spricht kurz die kleinen ficker das letzte mal hieß es ja zu viel so das heißt diesmal meine freunde für ihn er soll ich mitbekommen hat wir sind darien darien darius der bruder von schmarius und wir spielen natürlich logischerweise ich meine das ist wahrscheinlich selbstredend der mitte obwohl ad das einzige problem was ich noch habe und da müsst ihr mir unbedingt helfen ist ich weiß nicht ob wir 700 ad gehen sollen oder 12.000 ad da bin ich noch ein bisschen am struggeln wir spielen gegen diana mein ziel für die laning phase ist ihr den tag komplett zu ruinieren komplett zu ruinieren ja wir haben auch schön voll ad hier mitgenommen der gathering das und karen lifestyle stirpe legenda stirpe da wird man sich damals und später in den geschichten davon erzählen tobi die legenda stirpe wenn ich so zurückdenke an meine kindheit war ich das letzte mal da ist gespielt ohne zu lügen ich bin es gibt so leute ja ich bin jetzt first time dies und was weiß ich was sie alle immer sagen aber wann habe ich das letzte mal da ist gespielt 44 not found kam na gut also ja unser gegner schon mal nicht da sie hat auf jeden fall schon mal kein bock mich glaubt die sport mich kann mir vorstellen dass jetzt jason die mitte kommt ja okay okay hello diana welcome 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 es geht direkt los es geht direkt los na schön in den turm chasen naja shit auto tech auto tech ich weiß nicht wie die trades laufen aber eigentlich müsste ich die ja gewinnen oder nicht so ja ich glaube wir wurden mal direkt ich habe hier irgendwie in der disrespekt ist immer ganz gefährliches land leute ganz gefährliches land ja machen wir erstmal die ziehschneise wie weit geht es alter das jahr nachkampf na gut wie kriegen wir sie jetzt auto tech w auto tech q auto tech ignite ja ja first blood first blood ich hab's ich hab's so außerdem warum hat sie das mit level 3 gespielt das macht überhaupt gar keinen sinn das geht mir nicht mit level 3 also normalerweise hätte ich da hätte sie richtig gespielt und die q gespielt dann hätte ich das überlebt also eigentlich stehe ich 1 0 weil es war ihr fehler dass sie falsch gilt aber geil guck mal wave control net ist es wenn ihr halt richtig dadurch spielt dann wisst ihr halt auch direkt wie ihr die wave vorbereiten müsst dass sie direkt hier perfekt steht win win first blood gut aussehend und die wave sehr schön sehr komm her misstück schlag misstück schlag zwei misstück schlag drei vier ne aber sie blutet war ganz ordentlich aber irgendwie also ich brauch schuhe oder so ich meine ja ich bin noch ein bisschen scared aber eigentlich muss ich sie glaube ich weg train sie kann ja nichts ich muss nur sie weg train und meine q treffen das wäre nicht verkehrt so wir ziehen sie jetzt noch mal was das hier ist das ein gang ja dann zeig mal oh ja 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 denkt das bitte wir machen das du musst es nur tanken ok 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 ja aber sie hat nicht mehr viel aber ich habe auch ich meine ich kann mich ja noch ein bisschen und ich habe blut lifestyle dürste ich bin da bruder macht 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 ich bin da macht ketten dingen teil hier autothek ja jetzt mich allein oder das aber das eigentlich okay das alleine da sehe ich mich am weiter ist und tag in tv in tut ok sie hat kein flash mehr dass sie jetzt ganz schön intense gameplay very der gleich bock ja 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 listen ja geil der dele bist du es flashback das wichtige ist ihr müsst machen können das hier zum beispiel war kein play ja ich meine die leute das hat einfach mimen wenn du liest in dem team als dann klassik ließen game player wenn du lieben die was dann gehst du einfach raus das macht schon sind ne ich meine ihr könnt jetzt sagen ja hey du hast ihn bezahlt damit das macht damit du uns das noch mal ein bisschen highlighten kann sondern das macht er hätten wir schon die platte da kann auch schön ihr auto tech wie in to auto tech in to auto tech in to team mails helfen jace kommt jetzt gleich hier aus dem busch guten tag kannst du bitte nicht töten lassen von mir ein richtiger pro macht es so und dann so und an auto tech w auto tech later na jetzt wisst ihr wie die kombo funktioniert da ist noch ein freak und das gute ist jetzt könnt ihr nämlich die ultimate zum pushen benutzen in to vielleicht würde ich ihn aber auch auto tech w auto tech wieso kick der so spät der wird noch sehen der wird noch sehen der wird noch sehen der wird noch sehen ich sagt euch der ist gelistet weißt du hey er spielt so schlecht dass er schon wieder gut spielt so er kickt einfach zehn jahre später der gg hat das stimmt auch so die frage ist gehen wir mal kurz bot lane leute der darius gangs sind so deadliest wir können ja antäuschen dass wir bot lane gehen gehen jetzt aber hier jetzt stehen wir hier und jetzt kommt er gleich er hat gewordert der pisser jetzt können wir aber noch mal enttäuschen dass die doppeltäuschfalle wir gehen hier und dann wieder er kommt also wir gehen zurück oder wir gehen bot lane und gehen bot lane ich habe keine holt ja komm ja komm ja komm na hast du mal glück gehabt könnt ihr euch was ist mit ihm ist er ist übelst nachtragend habe ich das gefühl verpiss dich jetzt gib mir ohne witz gibt mir und und ja kommen noch einmal komm noch einmal her nicht alle einer 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 nicht alle da unten stehen turm seid ihr komplett seid ihr da unten stehen turm tristana tristana e bum bum bam hier jetzt kommen go for this auto tech w ok raus das andere raus ich hab nichts das game warum immer auf meiner lane ich würde ja passt auf scheiße minions auto tech w jomos auto tech hier auto tech ich hab nicht geheilt wenn wir ehrlich sind nur wenn wir ehrlich sind wenn sich ihre q benutzt gehen wir voll passt auf jetzt raus aus dem bus auto tech w ja so jetzt gehen auch platten kommt schafft mir noch eine kultur gibt sie mir geben sie mir geht noch eine ne vom sekunden ist zu knapp so wir haben optimiert passt auf wir sind wir sind wie garen blüte schnell ja also ja also ich hätte einfach in die blutung schaffen müssen habe ich leider nicht dann wäre es aber das ding ist ich mache es ja spannend ich gebe ihr ein bisschen geld damit das so macht man das man gibt den bisschen was ab damit das spannender bleibt weil wenn ich jetzt abfahren würde wer langweilig sind wir ehrlich wer langweilig leute wir sind push taker wieder beginnen wir natürlich bei diana how to counter guide direkt im gameplay ein ihr müsst nur warten bis ihre küche benutzt wenn sie ihre küche benutzt und nicht trifft dann hat sie nichts nassignada benutzt eine q jetzt 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 ok dann nicht auto tech w jetzt dort mit die q jetzt machen wir auto tech ultimate ignite later na jetzt da sieht man einfach den kontrast wenn ich wirklich möchte und wenn ich es nicht möchte das ist das halt diese 1 zu 1 phase interaction quasi damit das spannender bleibt weil wenn ich jetzt abfahren würde wer langweilig sind wir ehrlich wer langweilig ja passt auf jetzt und ich habe jetzt leicht ein bisschen spät na gut ich bin erstmal raus wir brauchen ultimate leute ultimate wäre richtig geil ich glaube ich viele gerade scheiße ja 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 ich brenne nicht bei nicht mehr so ok es geht aber immerhin in der richtung unser ziel ist immer mindestens eine person zu töten und dann zu sterben also mindestens eine person töten das ist wichtig ich meine dass mein team aber auch nicht und feier ist da kann ich ja nichts führen also bin halt legit das ist etwas traurig aber ich bin der beste spiel in unserem team ja es ist etwas schwierig angehaucht aber das möchte ich so anerkennt wir sind quasi sehr weich und haben kein ultimate und dieser scheiße ich bin tot leute aber wir geben auch alles free weg das kann ich wahr sein wussten eigentlich unser adi carry der der am tollen es ist der beste spieler centimes darius you have to go tank man tristana tristana you have to go damage man weil sie macht ja kein was hier los ja kathos ist leider auch nicht so krass if i had a real team slow push initiiert bin unterwegs kommt leute go 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 auto tech auto tech b scheiße das war dumm aber ist egal auto tech b ignite auto tech nicht auto tech leute kommt schon kommt schon kommt schon macht spring doch mal rein mach irgendwas macht irgendwas nicht weg springen reinspringen sie quick solltet mich einfach immer mal auch immer kein schaden mehr ich meine okay wenn alle gegner fett sind dann machst du auch kein damage mehr 18 kills 18 kills die super bad hat 18 kills 18 oder ich bete ihn leute ich bin bait lord ja hier jetzt auch bitte in geld nicht bitte nicht bitte nicht hier leute hier ich habe ihn ich habe fisch sei wie es hier also das ist lustig könnte man aufhören weg zu rennen why are you why are you runaways die tristale wieder einfach nur dieses rohr da liegen bleibt um auch one shot ja okay ja gut wir haben es versucht wir haben uns stets bemüht schade blablabla lähe Untertitelung des ZDF, 2020